Und jetzt kam gestern erst ein Artikel raus über Matthias Tell, dass nach Salihamidzic Abgang jetzt doch die Option wieder besteht, ihn zu verleihen. Und jetzt wurde vor 20 Minuten erst ein neuer Artikel rein, der auch geschrieben hat, Matthias Tell vielleicht auch in der Bundesliga, also innerhalb der Bundesliga zu verleihen. Das ist natürlich eine sehr spannende Personalie, weil da müssen wir auch mal drüber sprechen, was für Vereine kommen denn laut euch, laut mir überhaupt in Frage. Ich muss mich gleich kurz bedanken beim Chat noch. Kurz in Frage, wo würdet ihr ihn sehen? Was ist realistisch? Da müssen wir auf jeden Fall jetzt mal kurz drüber sprechen. Aber erstmal Drachenseele, 10 Subs reingucken. Knutscher mein Lieber, vielen lieben Dank. Wer möchte beginnen? Das ist ja ein super spannendes Thema. Ja, also würdest du den gleich gerne bei Werder haben? Oder warum prädiktest du das hier? Ich bin schon am Schwitzen. Also ich bin bei so einer Vorstellung, also man muss dazu eine Sache sagen, warum ich den auch damals so vorgeschlagen hatte. In der Saison, wo wir abgestiegen sind, also bevor wir praktisch abgestiegen sind, hat damals, ich glaube Rummenigge war es, hat in einem Interview gesagt gehabt, hat über gute Leihadressen geredet. Er hat gesagt, Werder Bremen ist halt immer eine gute Leihadresse, um halt Spieler auch aufzubauen und so weiter. Wir haben Lasse May erst letzte Saison in der Zweitligasaison ja auch, klar, der hat vorher bei Darmstadt gespielt, aber Vertrag war bei Bayern. Also die Verhandlung musst du mit München führen. Haben wir ausgeliehen gehabt, wir hätten Saprit Singh geholt gehabt. Wir hätten, ich bin schon völlig durcheinander, Gnabry, so Gnabry, damals auch den Deal gehabt mit Bayern. Wir haben Marco Friedl geholt, Bayern-Ausleihe, dann aber doch fest verpflichtet. Also die Verbindung von Bremen zu Bayern und dann auch per Laie, so ein Thema, ist schon da, also grundsätzlich. Aber natürlich ist Bremen mit Sicherheit nicht der einzige Kandidat, das wären sämtliche, da brauchen wir nicht drüber reden. Die Frage ist nur, wo würdet ihr ihn sehen, was findet ihr so als heißen Kandidaten? Ich finde die Schwierigkeit immer bei so Spielern, die nur ein bisschen Spielzeit bekommen haben bei Bayern, ist einzuschätzen, wie funktionieren die in einer Mannschaft, die deutlich geringere individuelle Qualität hat, gerade im Sturm. Also bestes Beispiel Joshua Zirkzee zum Beispiel, der hat in der dritten Liga eigentlich gar nicht funktioniert bei Bayern. Hat dann in der Bundesliga als Joker echt oft gefallen und auch ganz gut ausgesehen und auch mal ein paar Mal geknipst. Aber dann ist der Marktwert direkt in die Höhe geschossen und gut, in Belgien hat er dann auch nochmal ganz gut getroffen, aber das ist ja auch nochmal ein anderes Niveau. Aber so richtig, wo ist er jetzt? Irgendwo in Italien. So richtig durchgestartet ist er danach auch nicht. Ich glaube schon, dass Tell mehr Talent hat, ist er auch noch deutlich jünger, aber ist für mich schwer einzuschätzen. Ist er jetzt einer, den ich nach Bremen ausleihen würde, wo er dann auch Stammspieler ist, weil er sich durchsetzen kann und dann eine Verstärkung sein kann? Oder ist er jemand, den du zu so einer Leihadresse wie damals Toni Kroos nach Leverkusen geben kannst für zwei Jahre und der da dann spielt mit internationalem Geschäft, mit gutem Umfeld um sich rum, also was die Mitspieler angeht? Oder ist sowas wie Gladbach eine Lösung, die ja auch Sturm jemanden suchen? Aber bei Gladbach, wenn die jetzt so einen Neuumbruch machen, glaube ich irgendwie nicht, dass die einen Spieler leihen ohne Kaufoption, sondern dass sie dann irgendwie so richtig die Zukunft aufbauen wollen. Also die drei Klubs Werder, Gladbach und Leverkusen werden mir da so eingefallen. Ansonsten wüsste ich jetzt auf dem ersten Drücker nicht, was da so ein gutes Match wäre. Muss ja auch ansatzweise, muss ja nicht das gesamte Gehalt sein, aber ein bisschen vom Gehalt muss man ja da auch zahlen können. Ja, wobei das bei Bayern-Transfers, also Leihgeschäften immer gering ausfällt, sage ich mal. Aber Felix, sag mal. Ich scrolle gerade auch so ein bisschen planlos durch die Tabette durch. Es muss ja ein Klub sein, der den quasi für eine Saison ohne Aussicht auf irgendwas weiteres, also wie schon angesprochen, Kaufoptionen, die man mit Kurshand nimmt für ein Jahr. Wer auch vorne jemanden braucht, schwierig. Tatsächlich, wenn ich Transfermarkt.de aufmache, ist jetzt keine Prozentsche dabei und sowas, aber das Einzige, was zu Tell steht, ist hier direkt quasi auf dem Homescreen, ist Augsburg als Interessent. Ja, ich glaube, das kann man eben erst rein, ne? Die hängen irgendwie immer an sowas bei so Geschichten. Hat nicht irgendjemand, könnte ihn aber kurz reinschreiben. Der hat eigentlich auch genug vorne, Augsburg im Sturm. Ja, aber die wollen doch die Echer geben, oder? Ja, wenn, dann, ja, dann schon. Dann doppisch beziehungsweise. Das ist ja auch die Frage, an was für Niveau verleihen die sowas an Darmstadt? Ne. Du willst ja auch ein gewisses Niveau haben, irgendwie um Europa mitspielen. Dann ist die Frage, braucht den Frankfurt, Leverkusen, Freiburg, braucht da irgendwer oder nimmt da irgendwer Tell? Weil Frankfurt, wie gesagt, auch da wird das Thema erkauft, sondern vielleicht nehmen sie den, sollte Moani gehen. Das ist aber vielleicht eher als zweiten Sturm, weil ich glaube, Frankfurt wird sich einen sicheren Ersatz dann holen, den sie auch unter Vertrag haben bei sich, wenn Moani gehen sollte. Aber jetzt so als Ergänzung. Die Leverkusen sind eigentlich gut bedient vorne drin. Ich sehe so jemanden irgendwie bei Freiburg und Union überhaupt nicht. Und Leipzig sind wieder zu viele Konkurrenten, hat auch zu viele gute Spieler dort und sowieso da oben. Wolfsburg, ha, und irgendwie, ohne die Vereine da angehen zu machen. Aber Mainz wirkt für mich auch nicht wie ein Klub, der irgendwie ein Tell bekommt dann per Laie. Also Gladbach ist vielleicht echt keine schlechte Adresse. Und dann ab Köln geht es auch noch so ein bisschen tiefer. Hoffenheim würde ich vielleicht auch gar nicht 100 Prozent abschreiben. Die hatten ja auch mal Gnabry dabei und auch öfter Laie-Spieler auch von größeren Klubs hier aus Tottenham. Alle abharten sie auch mal damals, ne? Ja, der eine da von Tottenham, der eine von Arsenal, die hatten schon immer mal wieder so ein paar größere Klubs quasi als Live-Verein genommen. Und haben wir, glaube ich, auch jetzt vorne nicht unbedingt jemanden, der krass auf Zukunft geht. Kramasch wird ja auch immer älter. Vielleicht jemand, der in so eine Rolle wie ein Rütter oder Rütherr reinrutschen könnte. Also Hoffenheim fände ich vielleicht auch gar nicht so interessant. Wenn sie eben wieder besser performen, also auf Platz 12, wenn sie nicht dahin verleihen. Also ich sage euch ehrlich, erstmal, glaube ich, Leverkusen damals wäre ich dabei. Leverkusen heute sage ich auf keinen Fall, weil die werden für Bayern keine Spieler mehr weiterentwickeln. Die haben so ein Anti-Bayern-Ding. Die lassen ja auch keine Spieler dahin gehen. Also die sagen sogar, freiwillig nehmen die lieber weniger Geld, dann aber ins Ausland anstatt zu Bayern. Bei Vidal war das ja damals richtig geil, wo das dann da alles rauskam. Und Havertz auch. Also Havertz haben die damals ja auch gesagt, geh, wohin du willst. Werd glücklich, aber zu Bayern darfst du nicht. Und das werden die nicht machen. Spieler noch für Bayern weiterentwickeln. Deswegen wäre Leverkusen für mich da raus. Frankfurt, wenn Mohani geht, haben die genug Geld, um einen festen Ersatz zu holen. Deswegen ist Tell eigentlich da auch raus. Freiburg glaube ich nicht, dass die sich auf so ein Leihgeschäft, sage ich mal, dann einlassen. Also den dann da irgendwie für Bayern ausbilden. Bei Union bin ich voll bei dir auch bei, was du gerade gesagt hast, da sehe ich ihn einfach nicht. Auch so von der, dieses Kämpfer-Mentalität-Dings. Findest du, wie oft haben wir darüber gesprochen, wie Union spielt. Das ist so, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Dann eher wirklich Augsburg, sehe ich auch sogar heiß im Rennen. Wenn wirklich, hier hat auch gerade eben jemand reingeschrieben, liebe Rüste gehen raus an, Kirsch 1. Hat reingeschrieben, Lautsportbild will Augsburg ihn sogar. Also das wäre gar nicht so verwunderlich, ohne jetzt da irgendwie auf Quelle, wie seriös ist das? Das ist jetzt ja vollkommen irrelevant, weil wenn Augsburg Berichter abgibt und die haben den ja günstig, guck mal, was ist das für ein Deal, ne? Wenn die den so günstig geschossen haben, dann jetzt teurer weiterverkaufen können, Tell ausleihen können, vielleicht sogar für ein Jahr plus Option auf ein weiteres oder so. Wäre das so ein Augsburg-Ding, was natürlich interessant wäre. Für Werder könnte das eben auch sehr interessant sein, weil wir, wir können uns keine Spieler von diesem Format leisten. Das ist halt völlig ausgeschlossen und deswegen wäre es halt, um erstmal einen qualitativen Ersatz auch noch mitzuhaben und weil wir im Sturm eh viel machen müssen. Also wenn halt, ne, nehmen wir mal an, jetzt Völkug und Durchgehen, dann wird da eine riesen Baustelle aufgemacht. Dann kann sowas natürlich funktionieren, dass du sagst, okay, einen Spieler kaufen wir, weil wir das Geld haben, um da jemanden fest zu verpflichten. Sagen wir jetzt durch Unwirkung gehen und einleihen wir uns eben, um diese Qualität trotzdem reinzuholen. Dann wäre das so ein Szenario, wo ich Tell auch durchaus gerne natürlich auch bei Werder sehen wollen würde, weil ich glaube, wenn der wirklich viel Spielzeit bekommt in der Bundesliga, der wird so abrasieren. Man hört ja auch von vielen Bayern-Fans, dass sie sich den gerne mehr gewünscht hätten in der Startelf. Es ist aber die Situation ja auch. Bayern wird mit Sicherheit einen Stammstürmer kaufen. Also das ist ja fast ganz klar schon. Und dann ist es für Tell noch schwieriger. Schuppe Muttingen hat man verlängert. Der ist zumindest als Backup nächste Saison noch da. Was hat dann Tell nächste Saison für eine Rolle? Und deswegen fand ich das von Anfang an nicht abwegig. Viele haben vor einem Monat noch gesagt, warum sollen die ihn verleihen und sonst was? Tani Amicic hat sich ja dazu auch geäußert gehabt. Aber viele Experten haben immer wieder auch betont, dass sie sich das gut vorstellen könnten. Ich habe auch gesagt, also grundsätzlich Spielpraxis für Bayern ist doch perfekt. Ich meine, wie alt ist er jetzt? 18 geworden oder so? Oder wird 18? Das ist halt saujung noch. Selbst wenn er den zwei Jahre verlässt, überlegt euch das mal. Und er spielt zwei Jahre wirklich durch in der ersten Liga. Dann gehen ihn 20-Jährigen zurück. 20. Das ist immer noch brutal jung. Also aus Bayern-Sicht kann ich mir sowas extrem gut vorstellen, dass das dann auch wird. Wie gesagt, Artikel kam ja auch gestern erst dazu. Hier nach Tani Amicic Abgang, FC Bayern Inside hat das sogar gepostet gerade. Nach Tani Amicic Abgang, Zellleihe ist erneut ein Thema bei Bayern. Und Ran hat jetzt vor 25 Minuten, kann natürlich sein, dass sie sich darauf auf den Sportbild-Artikel bezogen haben, geschrieben, FC Bayern Transfers und Jus wird Matthias Tell innerhalb der Bundesliga verliehen. Also das Thema ist auf jeden Fall brandaktuell. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Und mit Sicherheit interessant für einige Klubs, gerade in der Bundesliga. Ab nach Eidnheim. Ja, Kleindienst verkaufen und Zelllein. Das ist eigentlich krass, dass alle, haben ja wirklich viele gefordert, Journalisten und Fans bei Bayern, dass er trotz dieser Saison, wo ihm ja ein Stürmer gefehlt hat offensichtlich und die echt viele Sachen dann auch mal mit Mané und so in der Zentrale ausprobiert haben. Gut, er ist halt auch extrem jung, aber er hat es weder bei Nagelsmann noch bei Tuchel geschafft, da auf die Spielzeit zu kommen. Aber es kann auch, wie gesagt, am Alter liegen. Aber die haben es auch immer wieder begründet, die waren immer wieder diesen Fragen ausgesetzt, ja, warum spielt er denn nicht? Und dann hat er gesagt, naja, was hat er denn jetzt groß gemacht, als er gespielt hat in den paar Minuten? Hat Tuchel mal genauso gesagt, weil ihn das schon genervt hat, dass er darauf immer angesprochen wurde. Ich glaube auch so eine Zwei-Jahres-Laie ist dann auch wieder, weil wirklich Laien ohne Kaufoption ist halt wirklich nicht so mega attraktiv. Und wie ihr schon gesagt habt, die Vereine, für die es mega attraktiv ist, da wollen sie den vielleicht auch nicht hinverleihen. Aber Zwei-Jahres-Laie ist ja dann auch schon wieder was anderes. Da ist doch auch ein ganz anderer Horizont, um eine Nachfolge zu planen. Ja, oder man muss ja gucken, dass du dann nicht Bundesliga nimmst, ne? Frankreich. Oder so. Der findet, glaube ich, schon seinen Abnehmer. Bundesliga ist ja echt, gibt es halt echt gefühlt nur diese ein, zwei Klubs, wie wir das gerade besprochen haben. Ja, ich glaube, Augsburg-Werder werden tatsächlich da gerade noch so die am ehesten da auch viel mit anfangen könnten. Weil da geht es ja dann auch darum, für beide Seiten müsste es ja irgendwo passen. Und sonst, klar, das ist auch wieder sowas, Niederlande, Top-Klubs, League-Or eventuell. Wobei bei League-Or müsste man dann halt auch gucken, wo. Aber klar, rein theoretisch auf jeden Fall auch machbar. Ist halt ein Riesentalent. Ich glaube, Kandidaten wird es genügend geben. Die Frage ist auch so ein bisschen was für Bayern. Wenn das so stimmt, dass die den innerhalb der Bundesliga verleihen wollen, dann wird man mit den zwei, drei Klubs reden, die eben da rein theoretisch sein könnten. Und dann, wie gesagt, finde ich das ein super, super spannendes Thema jetzt für den Sommer.